Hallo, Rides in the Storm hier mit TOOL. TOOL ist ein Dual Attenoer und Offset Generator. Dual heißt, hat zwei Kanäle, die sind unabhängig, aber Kanal A ist auch zu Kanal B normalisiert. Also das Signal, zum Beispiel hier der FEJ-Ölkurvengenerator, liegt auch bei B an, falls B nicht gepatcht ist. Das ist ganz praktisch, zum Beispiel, wenn ich nur einen Ölkurvengenerator habe und möchte jetzt den VCA ansteuern und den Filter, aber mit unterschiedlichen Settings. Das kann ich dann hier mitmachen. Das ist quasi der Amount. Und jetzt kann ich den Offset noch verschieben hier durch. Und das Ganze als nationaler Werte. Und schon bekomme ich eine Inverse-Bullkurve raus. Das ist wieder positiv. Offset verschoben. Offset lässt sich auch auf Zero bringen mit einem Knopfdruck. So muss ich nicht lang die Mitte suchen. Auch schön für ihr rhythmische Performances. Kann jetzt meinen zweiten Kanal-Loch nutzen um. Mein VCO Zu modulieren. Auf der Rückseite sind noch Jumper. Da kann ich dann jumpen, ob mein Offset-Pre-Order-Post-Fader eingesetzt werden soll. Das Ganze werde ich dann auch noch an anderer Stelle erläutern. Ja, das war's jetzt zur Tour erstmal. Also, hier wird der Rückseite sein. Ich schmerz. Ich schmerz. Ja, ich schmerz. Und dann, wenn du das? Vielen Dank.